hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren video von florida roadtrip vlogs wie auch immer ja wir sind ja wie gesagt wenn ihr das video davor gesehen habt aktuell noch in cape corral aber da werden wir jetzt weg fahren wir hatten gestern einen richtig schönen abend bei mike und also mike von leneburger hier in cape corral gestern schon kurz erwähnt auf jeden fall müsst ihr da mal essen gehen auch gestern habe ich den blog schon wieder irgendwie nicht so richtig beendet aber naja ich habe es gestern zwar aufgenommen kurz ja dass ich verabschiedung mache aber ich glaube ich hatte glaube ich das letzte corona war glaube ich zu viel also das gelade das erspare ich euch einfach ja wir fahren jetzt von cape corral aus in die andere richtung wieder nach miami denn dort gehen wir heute abend ins konzert von keith urban ja wir nehmen euch wieder mit wir machen unterwegs ein paar aufnahmen mal gucken wie wir fahren das sehen wir dann und dann werden wir uns glaube ich gleich wieder sehen wenn wir in miami angekommen sind und dann bei heike einkehren werden also bis gleich dem habe ich auch schon drinnen es hat doch mal kurzerhand geregnet am stopp schild links abbiegen auf so tierst 1st avenue dann links abbiegen auf so tierst 41st terrasse am stopp schild rechts abbiegen auf santa barbara boulevard doon am stoffen am stoffen registrieren am stoffen in in das am so zanebisch meckte es mmm super süß wie tutta was ein lemon ice drink lemon schmeckt man nicht aber aber da bleibt einfach lieber beim gatorade Junge, es ist so schön draußen und wir sitzen im Auto. Oh, wir müssen weiter fahren. Die Planung sind hier übrigens groß geschrieben. Uiuiuiui. Ja, ich weiß gar nicht, was ich jetzt dazu sagen soll. Soll ich den überholen? Soll ich dahinter bleiben? Wie seht ihr das? Ich habe keine Ahnung, wie man das nur so vollständig kann. Ganz schlimm. Jetzt schauen wir mal unser Auto. Ein Ford Explorer. Ganz niegelnagelneu. Schönes Ding. So schön warm hier. Aber der Wind ist hier wieder sehr doll. Wir sind jetzt mal auf einem Rastplatz. Hier ist ne Schnell irgendwas hier hinter. Also die Everglades auf jeden Fall. Das ist ein bisschen passiert. Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Fugeln aber. Ach du Scheisse, sie ist ja durchgerauscht. Wie kann denn sowas passieren? Ja, ich kann das nicht mehr wissen. Hear me out, hear me out. Bis zum nächsten Mal. 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 Hallo, da bin ich wieder. So, wir sind aus dem Konzert zurück. Wie ihr gerade die Bilder gesehen habt, das war gigantisch. Also das kann man auch gar nicht so in Worte fassen. Wir sind schon wieder platt, wir sind kaputt. Also dieses Jahr ist sehr anstrengend. Was heißt anstrengend, was das Programm betrifft, was das Programm betrifft, was das Programm betrifft. Und zwar werden wir machen, das ist ja auch anstrengt und wir werden, das ist ja auch anstrengend. gewesen. Ich habe eigentlich gedacht, dass man mit einer GoPro das eigentlich relativ gut hinkriegt, aber es ist eigentlich gut. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Lasst einen Daumen da, schreibt es unten in die Kommentare, wenn es euch gefallen hat. Ja, und ansonsten, dann sehen wir uns im nächsten Video, wenn es wieder heißt, Florida Roadtrip Vlogs, Vlogs, wie auch immer. Also, macht es gut!